Der Biker, die Bockwurst im zarten Seitling. Im Frühjahr wird die Zweiradsaison eröffnet. Von unseren Organspendern, den altruistischen Motorradfahrern, soll hier nicht die Rede sein. Es geht um unmotorisierte Zweirädrigkeit. Klassisch hieß das Fahrradfahren. Jene, die sich darin übten, wurden Fahrradfahrer genannt und bewegten sich in ihrer gewöhnlichen Kleidung. Man sah vollständig und unsportiv würdig angezogene Männer und man sah Frauen in geblümten oder gepunkteten Kleidern die Straßen entlangradeln. Der warme Wind streichelte ihre Beine und in ihren glücklichen Gesichtern konnte man sehen, was für ein angenehmes, freies, leichtherziges Gefühl das ist, wenn man sich von schönem Stoff und Frühlingsluft umflattern lässt. Heute gibt es Bikes und Biker und so sehen sie auch aus. Kampfmaschinen, die auf Kampfmaschinen hocken. Der Biker ist ein Unisex-Neutrum und Monstrum und damit genau das, was die moderne Gesellschaft braucht. Krieger gleich welchen Geschlechts, eingezwängt in Gummis und Überzieher, gern bunt leuchtend und hauteng wie der zarte Seitling, in dem die Bockwurst lebt. Der Biker ist die Bockwurst unter den Menschen, nur nicht so schmackhaft. Noch sind nur wenige Menschen dazu bereit, den Biker zu erhitzen und einfach wegzuessen. Das ist bedauerlich, denn dann wäre der Biker fort und das wäre gut. Dem Biker ist noch die fieseste Dose Bockwurst vorzuziehen. Im zarten Seitling liest der Bockwurstkäufer über die Bockwurst und wundert sich. Was ist ein Seitling? Und warum ist er immer zart? Rätsel, Seitling, ich will dich lösen. Der Seitling besteht aus Schafsdarm, jenem Material, aus dem traditionell die Seiten von Musikinstrumenten hergestellt wurden. In den Seitendarm füllt der Metzger die Wurst und der Biker sich selbst ab. Plastik und Plasterhaft ist die Pelle des Bikers. In der Sportabteilung eines Kaufhauses oder in einem Bikerspezialshop kauft er den Hochpreis Ramsch zusammen. Bei paarweise vorkommenden Bikern wird der Partnerlook bevorzugt, damit der Biker weiß, ah, die da in Schwarz-Rot-Metallic, das ist meine, mit der bike ich heim ins Heim. Obwohl doch jeder andere, egal weg, genauso wäre. Aber was wissen Bikerinnen und Biker von solchen Dingen? Seinen Murmelkopf, den er ebenfalls im Fachhandel erwarb, schützt der Biker mit einem Helm.